1.000 Kilometer in one charge. Wir wollten die perfekte Form, welche Werten wir haben, um zu erreichen. Und da spielt die Aerodynamik die zentrale Rolle. Aber im Endeffekt sollte es das perfekte Produkt sein. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Der EQXX war die größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Bis jetzt bestand das Fahrzeug nur auf dem Papier oder in Daten. Doch wir sind dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug Realität wird. Even the best battery or the most efficient aerodynamic shape does not reach the goal alone. So we need the lightweight in our design. Inspired by nature-growing processes, we use a brand new and unique development method. We call it Bionicast. The software-tool combination creates parts shapes a human could never have designed. It looks like naturally grown. We come to similar results like in nature. To be lighter, faster or more precise. Jedes Gramm ist wertvoll, deshalb hatten wir auch noch eine andere Idee, die Mittelkonsole, die wir aus recycelten Haushaltsabfällen herstellen. Auf dem Sitz finden wir mehrere Leder-Alternativen, zum Beispiel Dessertex. Das Basismaterial besteht aus Kaktus und Milo, ein Material, das der Wurzelstruktur eines Pilzes nachgeahmt ist. Ja, wie kann man Gewicht sparen im Interieur, die Instrumententafel zum Beispiel. Wir haben sie einfach weggelassen, wir haben sie dematerialisiert. Wir haben eine fantastische Schreie, die von A zu A-pillern. Aber ein großer Display consumes viel Energie. Ist das wirklich Energie-efficient? Well, die Trick ist, du switch die Lichts auf. Die Blacks sind eigentlich nicht mehr. No Energie ist being used. Du, als der Diver, hast du Erfahrung. Aber was du kannst, ist, dass du nicht so weit nach dem Weg hast. Du hast die Routen, du hast die Topologie, aber du hast auch die Elemente. Das ist das erste Fahrzeug, das wir ever gebaut haben, das hat SENSORs, um zu erkennen, wie hart das Wind blöde. Es erholt Energie aus dem Sonnenbruch, durch das Solar-Panel und recuperiert und regeneriert seine Batterie. Ich meine, wir können nicht mehr effizienter werden, als das. Manchmal ist der Wind dein Freund, es bewegt dich an. Das Fahrzeug kommuniziert zu dir, wenn es die Zeit ist, um deinen Fuß aus dem Pedal zu nehmen und einfach aufzuhalten. Das Fahrzeug kommuniziert mit dem Fahrer in unterschiedlichen Wagen. Im EQXX erlebt der Fahrer Ruhe. Der Fahrzeug kommuniziert mit dem Fahrer in unterschiedlichen Wagen. In der Sitzung bekommt man haptische Feedback. Um dir Signale zu geben, haben wir Audio, nahe zu den Augen, die nur der Fahrer kann hören. Wenn Mann und Maschine zusammenarbeiten, können sie sich wirklich empfehlen. All das Know-how, all die Fähigkeiten, die wir in den letzten Jahrzehnten gesammelt haben, kommen hier in ein Auto. Es ist nicht alles bekannt, es ist kein Home Run. Wir müssen bis zum letzten Sekunden pushen. Das ist die Wissenschaftsrechte. Aber es geht außerhalb. Die EQXX wird man und Maschine zu schreiben. Bei dem Auto ist es uns ganz gut gelungen.